Guten Tag, ich bin Ada Stefani Namani oder mit spirituellem Namen Dev Inderjit. Ich stelle Ihnen heute die Kinderbewegungsmeditation Ich bin glücklich, ich bin gut vor. Die Melodie und die Bewegung gehen folgendermaßen. Ich bin glücklich, ich bin gut, ich bin glücklich, ich bin gut. Satinam, Satinam, Satinamji, Waheguru, Waheguru, Waheguruji. Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin gut. Satinam, Satinam, Satinamji, Waheguru, Waheguru, Waheguruji. Satinamji, also erstmal werden die Unterarme gedreht und dann bei gut die Arme aufgestellt. Und dann können die Unterarme andersherum gedreht werden. Dieser Teil ist nicht so wichtig, also ist nicht so wichtig, einmal die eine, einmal die andere Richtung. Ist aber eine zusätzliche Konzentrationshilfe oder Einregulierung fürs Nervensystem. Und dann wieder auf gut aufstellen. Und dann kommt der Teil mit Satinamji. Dabei werden die Zeigefinger gestreckt, die übrigen Finger eingerollt und vom Daumen gehalten. Die Bewegung soll ausdrücklich aussehen wie Ausschimpfen. Es ist eine kraftvolle Bewegung. Satinamji ist das wahre Selbst, Ji ist die geliebte Seele und Waheguru ist, was für eine große Erkenntnis ich habe. Und Ji, wieder die geliebte Seele. Die Meditationsübung wird mehrfach wiederholt. Und dabei wird die Melodie zunächst in normaler Lautstärke gesungen, dann lauter, dann wird sie sogar gerufen, geschrien, laut gesungen. Dann wird man wieder leiser, noch leiser, noch leiser. Dann wird es geflüstert. Und dann findet man wieder allmählich zu einer normalen Lautstärke zurück. Sinn davon ist es, sich selbst in der eigenen Stimmung, Stimmtheit einzuregulieren. Also Emotionen einmal herausschreien zu können mit dieser Aussage, ich bin glücklich, ich bin gut, ich besinne mich auf meine Seele, auf mein Innerstes. Dort bin ich glücklich und gut. Auch wenn Emotionen mich jetzt aufwühlen und ich bin in der Lage, sie herauszuschreien. Und sich dann auch ganz leise einstimmen zu können, auf zarte Töne. Und dann in der Mitte zu landen, in einer Weise sich wirklich gut zu zeigen. Mutige Kinder singen diese Meditation sogar vor ihren streitenden Eltern. Das ist jetzt ein Beispiel der Anwendung. Kinder beziehen alles Mögliche, alle Spannungen, die um sie herum sind, auf sich selbst. Es ist ein wichtiger Lernschritt für Kinder zu erfahren, nein, ich bin es nicht. Meine Eltern streiten, als Beispiel. Aber ich, ich bin glücklich, ich bin gut. Und sie lernen auf diese Weise, sich darauf zu besinnen. Auch für andere Anwendungen ist die Meditation sehr gut geeignet. Probieren Sie sie aus mit Ihren Kindern oder mit Kindern, mit denen Sie zu tun haben. Vielen Dank. Sat Nam. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.